Ich bin Frauenärztin und habe nach meiner Facharztausbildung erst mal eine Zeit lang in der psychosomatischen Klinik gearbeitet und habe auch die Zusatzausbildung Psychotherapie gemacht und habe mich dann 1994 in der Gemeinschaftspraxis niedergelassen in Bielefeld und seit 2000 arbeite ich mit Barbara zusammen. Und seit Anfang letzten Jahres bin ich nicht mehr in der Praxis tätig, sondern engagiere mich für Umwelt, Klima und frauenpolitische Themen. Genau. Und zu mir dann jetzt nochmal. Ich bin Hebamme mit Examen 1990, bin sehr schnell eigentlich in diese Kooperation eingestiegen und auch dann in die Freiberuflichkeit, habe lange auch Beleggeburten und Hausgeburten begleitet. Ich bin seit etlichen Jahren jetzt im Landesvorstand des Hebammenverbandes Nordrhein-Westfalen und es gelingt mir nicht immer ganz strikt bei einem Hut zu bleiben. Ich werde mich bemühen, jetzt hier tatsächlich als Hebamme zu sprechen. Es kann trotzdem sein, dass mir ab und zu mal die Pferde durchgehen und dann hört ihr plötzlich doch irgendwie ein paar berufspolitische Worte. Aber ich kriege mich dann auch schnell wieder gezügelt. Wenn es dann klappt, würde ich genau unsere Motivation. Wir arbeiten sehr lange zusammen und wir wollen andere begeistern für dieses Konzept der kooperierenden Schwangerenvorsorge. Und wir wollen auch Mut machen zur interprofessionellen Zusammenarbeit. Wir wollen auch helfen, Ängste abzubauen auf allen Seiten und auch Hürden zu überwinden. Und vor allen Dingen wollen wir Tatsachen schaffen, indem wir möglichst viele kooperationswillige Ärztinnen und Hebammen für Kooperationen begeistern. Weil wir beide aus unterschiedlichen Richtungen immer daran gelitten haben, dass es halt diese Schwierigkeiten gibt und diese Vorbehalte von allen Seiten. Und irgendwann haben wir gedacht, wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass es immer mehr werden und vielleicht macht es dann die Masse. Und also sind wir deswegen auch jetzt hier und möchten auch euch das einfach ein bisschen beispielhaft nahe bringen, wie Kooperationen in der Schwangerenvorsorge gut funktionieren kann. Interessenkonflikte haben wir alle beide nicht. Wir bekommen kein Geld für das, was wir hier tun und wir stehen auch nicht bei irgendwelchen Firmen unter Vertrag. Ja, zu den Bedingungen einer gelingenden Kooperation muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil das hat ja eben Frau Koch schon wunderbar ausgeführt. Wobei wir gemerkt haben, dass unsere Kooperation wirklich am meisten Schwierigkeiten hatte mit den strukturellen Voraussetzungen, dem Punkt drei, nämlich der Klarheit über Rechtsfragen und Finanzierung. Auch das wurde ja schon am Vormittag angedeutet, dass es da für uns Ärzte jedenfalls immer schwierig ist. Ist es wirklich so, dass wir nicht haften für Arbeiten, die die Hebammen machen? Und wie ist es mit der Abrechnung? Seit 2005 ist bei uns die Quartalsabrechnung eingeführt worden. Und da wurde halt immer wieder gesagt, wir müssen sämtliche Leistungen, die in den Mutterschaftsrichtlinien sind, auch erfüllen, damit wir diese Ziffer abrechnen können. Und mit diesen Unklarheiten mussten wir irgendwie leben und trotzdem die Kooperation leben. Ja, wie hat alles angefangen? Es ist so, dass ich auf einem Kongress der DGPGG dieses Konzept kennengelernt habe von den Bremer Akteurinnen und habe gedacht, ja, das ist es. Und habe dann sofort angefangen, in Bielefeld meine Kollegen da zu inspirieren und dann mich auf die Suche zu machen nach Hebammen, die Interesse an diesem Modell haben und habe so auch Barbara Blomeyer kennengelernt. Ja, ich war dann eine von drei Hebammen, die angesprochen wurden und gesagt haben, ja, das klingt total spannend. Und wir haben tatsächlich dann einen kleinen Betriebsausflug gemacht, haben die Kollegen in Bremen besucht und uns vor Ort erzählen lassen, wie das denn da so alles funktioniert. Haben danach kurz uns nochmal abgesprochen, eigentlich schon auf der Zugfahrt zurück und haben gedacht, ja, das wollen wir machen. Tatsächlich mit Blick in den Kalender habe ich dann irgendwann festgestellt, wir haben exakt neun Monate gearbeitet von der Entscheidung, wir wollen das machen, bis zur ersten durchgeführten Schwangerenvorsorge in der neuen Kooperationspraxis. Es war, also wir haben da tatsächlich eine komplette Schwangerschaft hingelegt, das, was wir aber in dem Prozess selbst überhaupt nicht wahrgenommen haben. Naja, es ging ja auch zu Anfang erstmal darum, sich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und so die Grundrichtung der Zusammenarbeit festzulegen. Wie ist unsere Haltung zu den Mutterschaftsrichtlinien? Wie stehen wir zu der Wirtschaftlichkeit, zu individuellen Gesundheitsleistungen? War ein großer Komplex. Was haben wir für eine Haltung zu den Ultraschalluntersuchungen, zu Pränataldiagnostik? Und da gab es zig Themen, über die wir uns erstmal austauschen mussten. Passt es? Können wir uns einigen? Haben wir ungefähr so eine einheitliche Haltung? Wir haben nicht immer die gleiche Meinung, aber eine Haltung war wichtig für mich jedenfalls, dass die passte. Ja, wir haben uns dann auch wirklich ganz konkret darüber ausgetauscht, wie verhalten wir uns bei bestimmten Auffälligkeiten. An welchen Stellen ist es auch notwendig, dass die Frau, wenn sie bei der Hebamme ist, zur Ärztin weitergeschickt wird? Wo ist die Grenze der Hebammenzuständigkeit? Wo muss es in ärztlicher Hand auch andersrum? Aber wenn Frauen jetzt bestimmte Risiken von vornherein mitbringen, unter welchen Bedingungen ist doch eine gemeinsame Betreuung möglich? Wie regeln wir das mit unserem gegenseitigen Austausch? In welchen Abständen werden Termine vergeben? Also wir sind dann wirklich von der allgemeinen Konsensfindung bis in das Klein-Klein von Einzelfällen gegangen. Und so aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, es hat auch durchaus mal Situationen gegeben, wo wir uns gepflegt gestritten haben. Das gehörte dazu. Gehört dazu. Ja, wir haben dann uns einigen können, dass wir keine identischen Leistungen am gleichen Tag erbringen, dass die Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien erfolgen und haben dafür auch, was ja eben auch schon angesprochen wurde, ein festgelegtes Schema erarbeitet, sodass wir gesagt haben, welche Untersuchungen in welchem Zeitraum stattfinden und welche Beratungen vor allem, dass es egal war, ob die schwangere Frau bei der Hebamme oder bei den Ärztinnen ist, dass wir wussten, die und die Beratungen sind gelaufen an dem Zeitpunkt. Und nach unserer Auffassung war es auch so, dass jede für sich haftet, für das, was sie getan hat oder auch, was sie nicht getan hat. Kleine Anekdote am Rande für die Hebammen unter euch, die schon lange im Geschäft sind. Auch wir haben die legendären gelben Zettel des Herrn Hirschitz zu diesem Thema noch bekommen. Also wir haben dann letzten Endes tatsächlich den damaligen Rechtsbeistand des Hebammenverbandes angefragt und haben uns dann auf seine Aussagen verlassen. Zum äußeren Rahmen. Wir haben es tatsächlich getrennt mit den Räumlichkeiten, wobei das tatsächlich gewachsen ist. Als wir angefangen haben, existierte die Praxis der Frauenärztinnen und es gab in der Etage darüber noch einen Raum, den Doris Thormann für Beratungsgespräche genutzt hat. Und in diesem Raum haben wir Hebammen dann die Vorsorgen gemacht, sind aber für alles, was mit Labor zu tun hatte, dann gemeinsam mit der Frau immer eine Treppe runtergegangen, haben den Mitarbeiterinnen im Labor auf den Füßen gestanden und sind dann wieder hochgegangen. Und irgendwann haben wir es dann geschafft, dass der Hausbesitzer tatsächlich für uns in der Etage über der Praxis der Frauenärztinnen eine eigene Hebammenpraxis eingerichtet hat. Und seitdem sind es getrennte Räumlichkeiten mit separaten Mietverträgen. Also wir sind finanziell nicht abhängig voneinander. Wir geben uns die Einsicht in die gegenseitige Dokumentation. Die Terminvergabe lief ganz lange über einen gemeinsamen Kalender in der Praxis der Frauenärztinnen. Das ist inzwischen aber auseinandergezogen. Die Frauen bekommen die Informationen und Kontaktdaten und melden sich dann direkt bei der Hebamme, um Termine abzusprechen. Einsicht in Labordaten geben wir uns gegenseitig. Und am Anfang haben wir auch Verbrauchsmaterial gemeinsam genutzt. Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen auseinandergezogen. Also es gibt einfach viele Veränderungen im Laufe der Zeit. Das ist ein Modell, das lebt. Und wir leben inzwischen, wie lange jetzt, Doris? 25 Jahre? So irgendwie, also Silberaufzeit könnten wir eigentlich feiern. Also müsste ich noch arbeiten. Ja, wir haben besprochen, dass alle Schwangeren über die verschiedenen Betreuungsmodelle informiert werden, dass sie eine Wahlmöglichkeit haben. Wir haben festgelegt, wer ist wann für was zuständig. Ist bei den Hebammen-Terminen, sind die Hebammen für die Laboruntersuchung zuständig oder machen das die Mitarbeiter in der ärztlichen Praxis? Über sowas musste gesprochen werden. Die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen aus der ärztlichen Praxis, die zum Beispiel bei der Terminvergabe zu Anfang sehr einbezogen wurden, die mussten mit ins Rot geholt werden. Was machen wir bei Auffälligkeiten? Wie verfahren wir da? Wie wollen wir informiert werden? Wie wollen wir uns gegenseitig informieren? Wie betreuen wir Risikoschwangerschaften? Und wie organisieren wir die postpartale Betreuung? Das sind alles Punkte, die wir lange diskutiert haben und auch da Fahrpläne erarbeitet haben. Ja, praktisch sieht das jetzt so aus. Die meisten Frauen gehen ja mit dem positiven Schwangerschaftstest dann erst mal zur Frauenärztin und nehmen den Termin zur Feststellung der Schwangerschaft wahr. Dabei werden sie gleich darüber informiert, dass es dieses Kooperationsmodell gibt. Und idealerweise ist der nächste Termin dann ein Doppeltermin. Das heißt, die Frau geht zur Hebamme. Die Hebamme legt den Mutterpass an, erklärt, wie das Ganze so abläuft. Und macht noch ein paar andere Dinge, die sonst die Mitarbeiterin im Labor machen würde. Und dann geht die Frau weiter zur Ärztin. Hier ist jetzt schon tatsächlich zur Vermeidung der Doppelabrechnung die Absprache so, dass die Hebamme bei diesem Termin keine Vorsorge abrechnet. Sondern Beratung und das, was so nach der Hebammegebührenordnung beim Erstkontakt allen bekannt ist, wie man das macht in Hebammen jedenfalls. Und die Ärztin hat dann daher die Möglichkeit, die Quartalspauschale anzusetzen. Eine Schweigepflichtentbindung gibt es. Die Frauen werden darüber informiert, dass wir uns über sie austauschen. Da habe ich auch kein einziges Mal erlebt, dass jemand das nicht wollte. Termine mit geplantem Ultraschall finden bei der Ärztin statt, um nicht nochmal so eine Doppelkiste ansetzen zu müssen. Und ansonsten haben die Frauen wirklich die Freiheit. Wir bieten das Konzept von uns aus an. Und wenn die Frauen anders entscheiden möchten, dann können sie das tun. Und entweder Termine im Wechsel wahrnehmen oder nur zur Ärztin. Manchmal sehr selten auch nur zur Hebamme. Das ist alles total in Ordnung. Und nach jedem Kontakt wird die jeweilige andere Profession informiert. Die Akte wird ins Fach gelegt und es gibt Laufzettel. Ja, das ist jetzt nochmal eine grafische Darstellung von unserem Kooperationsmodell. Es zeigt die wechselseitige Vorsorge, sowie auch die Bereiche, wo entweder nur die Ärztinnen zuständig sind, wie bei Betreuung von Besonderheiten, bei Ultraschalluntersuchungen oder bei Nachuntersuchungen sechs bis acht Wochen postpartal. So wie die Hebamme, die Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden anbietet, die aber auch Kurse zur Geburtsvorbereitung und Rückbildung anbieten kann oder auch Wochenbettbetreuung übernimmt. Es fällt natürlich auf, die Geburtshilfe erscheint hier nicht. Das liegt daran, dass zurzeit die Hebammen nicht mehr geburtshilflich tätig sind, aus unterschiedlichen Gründen. Das ist eine Zeit lang anders gewesen. Wir haben tatsächlich alle drei zu der Zeit auch Hausgeburtshilfe angeboten und auch einen Belegvertrag mit einer Klinik gehabt. Aktuell findet halt durch die Hebammen keine Geburtshilfe statt. Deswegen fehlt das auch in dieser Folie. Es gab Stolpersteine, die die Zusammenarbeit erschwert haben. Das haben wir jetzt ja auch schon häufiger gehört im Rahmen unseres Fachtages. Das sind einerseits die haftungsrechtlichen Aspekte wegen des Delegationsvorbehaltes in den Mutterschaftsrichtlinien. Da gab es immer wieder Hinweise, dass wir Ärzte doch die Gesamthaftung haben. Es gab die Abrechnungsunsicherheiten, die ich eben schon erwähnt habe. Und der Berufsverband hat auch häufig vor kooperativen Schwangerenvorsorgen gewarnt. Er hat verbreitet, dass es Regresse gibt und dass wir unwirtschaftlich arbeiten. Auf der Hebammenseite lagen die Schwierigkeiten an anderer Stelle. Also es gab mal den Eindruck, dass die Frauen dann gar nicht mehr zur Hebamme kommen, weil sie keine Geburtshilfe mehr anbietet. Das sind dann auch Frauen, die in uns gibt es ein Geburtshaus, die sich dann entscheiden, doch im Geburtshaus ihr Kind zu bekommen. Und dann natürlich logischerweise auch die Vorsorgeuntersuchungen bei den Hebammen aus dem Geburtshaus wahrnehmen und nicht mehr bei uns. Wir haben aber auch festgestellt, dass es durchaus Frauen aus einigen Ländern gibt, einigen Herkunftsländern, die die Hebammenvorsorge bewusst ablehnen oder kein Interesse daran haben, weil sie es als Luxus empfinden, zu Ärztinnen gehen zu können. Und einfach so mit dem System, das wir hier in Deutschland haben, nicht ganz vertraut sind. Und was immer wieder passiert, dass der Kontakt zur Hebamme so spät erst entsteht, dass die Wochenwertbetreuung nicht mehr möglich ist. Was dann auch manche Frauen davon abhält, dann auch zur Vorsorge zur Hebamme zu kommen. Wir haben ein Schema erarbeitet, dass wir den Frauen anbieten, die Termine so zu legen. Natürlich ist es kein Muss, sondern wenn die Frauen es anders wollen, gehen wir darauf ein. Was man sieht, ist, dass in der 18. Woche es entweder zu der Hebamme oder bei uns Ärztinnen das Kreuz ist. Das liegt daran, dass die KBV einmal schriftlich uns mitgeteilt hat, dass wir mindestens zwei Vorsorgen pro Quartal mit den Frauen haben müssen, damit wir diese Abrechnungspauschale abrechnen können. Darauf haben wir immer geachtet. Bei rechnerischen Übertragungen sehen wir die Frauen abwechselnd und betreuen sie bis maximal zehn Tage über Termin. Das hier ist jetzt einfach nur so ein bisschen zur Demonstration, wie der Fahrplan von uns aus gestrickt ist. Es gibt eine Spalte für die Termine bei den Ärztinnen, ganz links, eine rechts für die Hebammentermine. Und in der Mitte, da ist dann jeweils was eingetragen, wenn die Frauen einen Termin bei der Ärztin haben und die Labor zum Beispiel durch die Mitarbeiterin gemacht wird. Wenn ein Hebammentermin stattfindet, dann macht die Hebamme komplett alles, also inklusive Blutentnahmen. Und wenn erforderlich, tatsächlich auch ein CTG. Also wir haben bei uns oben auch eins stehen, was wir aber auch echt selten, ehrlich gesagt, anschmeißen. Also es geht im Prinzip, ist die ganze Schwangerschaft von uns aus einmal durchgeplant. Und die Frauen können sich das halt, können das mitmachen, wenn sie das möchten oder eben individuell entscheiden, wie sie es haben wollen. Ja, ganz wichtig ist uns der gemeinsame Austausch neben den regelmäßigen Informationen, wenn eine Profession Kontakt hatte mit der Schwangeren, dass wir die andere Profession direkt informieren. Wollen wir oder haben wir gemacht, dass wir uns regelmäßig getroffen haben, so circa alle sechs bis acht Wochen. Wir haben uns dabei dann unterhalten über die gemeinsam betreuten Schwangeren. Und zwar haben wir darauf auch geachtet, wir waren ja zwei Ärztinnen, manchmal auch drei Ärztinnen und zwei bis drei Hebammen. Das hat so ein bisschen gewechselt, dass immer ein Paar die Schwangere betreut. Und die haben sich dann auch ausgetauscht über die betreute Schwangere. Bei Problemen haben wir das dann oft in der großen Runde nochmal besprochen, um zu gucken, gibt es da Ideen, wie man die Frauen gut betreuen kann und weiter durch die Schwangerschaft begleiten kann. Wir haben da dann gemeinsame Betreuungsstrategien entwickelt, haben uns über Fortbildungen, neue Leitlinien und Standards ausgetauscht und haben dann daraufhin auch immer wieder unser Betreuungskonzept angepasst. Das hier sind so ein paar Beispiele über Absprachen, die wir getroffen haben. Also wir haben festgelegt, in welchen Fällen die Hebamme an die Frauenärztin weiterleitet und haben bei bestimmten Dingen auch ein gemeinsames Behandlungskonzept abgesprochen. Ich würde mal gerne einen ganz Mini-Exkurs machen aus Hebammen-Sicht. Beim ersten Beispiel, Verdacht auf vorzeitige Wehen. Wenn die Frau bei mir zur Vorsorge ist, sie äußert einen Verdacht, beschreibt mir das, der Bauch wird halt. Ich denke, jetzt müssen wir ja doch mal irgendwie ein CTG machen. Das sieht komisch aus. Oder ich habe das Gefühl, das geht wirklich in Richtung Zerbex-Insuffizienz. Kann ich mit der Frau gemeinsam tatsächlich sofort unten in der Frauenärztinnenpraxis erscheinen und sagen, hier könntest du da mal bitte kontrollieren? Und dann wird die Frau auch herangenommen. Sie muss keinen neuen Termin machen, sondern sie wird dazwischen geschoben und wir können die Sache direkt vor Ort klären. Und das empfinde ich als einen totalen Luxus in der Hebammenarbeit, ehrlich gesagt. Das ist der mega kurze Weg. Liebe Barbara, ihr seid jetzt bei 20 Minuten. Ja, perfekt. Wir sind gleich fertig. Hier sind weitere Beispiele. Ja, und das ist nur eine Folie, wo wir einfach nochmal darstellen, wo sich die kooperative Betreuung besonders hilfreich war. Und das ist ja besonders, wenn Frauen Besonderheiten in der Schwangerschaft haben, wie bei Gewalterfahrungen oder Angststörungen oder ich weiß nicht, das kann man alles lesen. Und da fanden wir jedenfalls, dass die Betreuung durch uns beiden mit den gleichen Hinweisen sehr, sehr hilfreich war und die Frauen eher besser durch die Schwangerschaft begleitet hat. Ja, das ist das, was wir uns wünschen. Vieles davon wurde im Grunde schon an anderer Stelle von unseren Vortragenden gesagt. Ja, die Take-Home-Message ist klar. Synergien der Kompetenz beider Berufsgruppen zum Wohle der Gesundheit der Schwangeren. Informationsgewinn aller Beteiligten durch regelmäßigen fachlichen Austausch. Vertrauensgewinn der Schwangeren durch ein einheitliches Behandlungskonzept im Umgang mit Symptomen und Beschwerden. Die Stärkung der Eigenkompetenz der Schwangeren. Und damit versprechen wir uns auch eine Reduktion von nicht medizinisch begründeten Sektionen und das frühzeitige Erkennen von Komplikationen. Ja. Ja, und dieses hier ist die letzte Folie links. Ein paar Bilder aus der Praxis der Frauenärztinnen, rechts die Hebammenpraxis. In der Mitte unsere Kontaktadressen. Und wir hatten das ja eingangs gesagt, ich gehe schon mal aus der Freigabe wieder raus, dass wir entschieden haben, dass wir möglichst viele Leute begeistern möchten. Und also stehen wir auch jederzeit für Fragen, Unterstützung, was auch immer zur Verfügung.